ja servus tobi servus janik herzlich willkommen zu unserer challenge die regeln habt ihr verstanden ja kann alles losgehen perfekt dann fangen wir auch gleich mit der ersten frage an wer von euch beiden versteht den saarländischen dialekt besser fängt gut an erster punkt für euch beide er wegen bei mir in quietschchen so mit dem wir zusammenspiel dachte ich mir auch jetzt nur noch ein schwätzen schwierig jetzt verstehe ich es wer von euch beiden ist auf dem platz der feinere techniker so und wer von euch beiden ist die größere nachteule nachteule das läuft ja wie geschmiert frage nummer vier wer braucht länger im bad da haben sich zwei gefunden frage nummer fünf wer hat den besseren modegeschmack ich denke fürs team ja manchmal muss man auch taktisch vorgehen hast du du ja okay gut gut ich bin eigentlich auch immer super angezogen aber jetzt habe ich mein team gedacht weil janik kleidet sich schon gut muss ich sagen deswegen geht das perfekt so wer von euch beiden hat im zimmer das sagen ich bin der älte ja und weil ja alles gut das geht schon wer von euch beiden hat die bessere frisur hast du ja was hast du noch nichts also und wieder eine übereinstimmung ja weil bei dir ist ja alles abgestimmt bei mir ich mach ein bisschen wach sein und dann und abfahrt wenn das so weitergeht wird es ein perfect game bei euch so nur um den druck etwas zu erhöhen frage nummer acht wer hat den besseren humor wow auch das passt aber auch mal verrückter ist so verlieren wir keine zeit wer von euch ist verpeilter wow letzte frage eventuell wer von euch beiden trinkt mehr kaffee 10 von 10 jungen da sind wir doch sehr stark sehr stark so dann danke schön vielen dank auch jawohl ja